Geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Rönne Schwab. Als Mitarbeiter der SPOL AG werde ich Sie als Moderator durch diesen Event begleiten. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu agilen 2-3 Viertelstunden. Es ist schön, einerseits auf ein treues Stammpublikum zählen zu dürfen und immer wieder viele bekannte Gesichter anzutreffen und andererseits aber auch wieder neue, PM-interessierte Menschen kennenzulernen. Ähnlich dem Echo der Zeit im Radio ist es unser Ziel, Themen nicht nur zu beleuchten, sondern auszuleuchten, nicht nur zu adressieren, sondern zu hinterfragen. Ich hoffe, dass uns dies auch dieses Mal wieder gelingt und das gebührenfrei. Agiles Projektmanagement ist letztlich ein Schlagwort unter vielen, wie es immer wieder neue gibt. Warum wir überzeugt sind, dass mehr dahinter steckt, dass hier ein echter Nutzen vorliegt, warum es nicht nur für IT-Projekte ist, wie viele denken, sondern für alle Projekte und alle Projektleiter von Relevanz ist, das werden Sie in den nächsten fünf Referaten erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.